Aber ich glaube, den Anzug werde ich wohl beibehalten. Irgendwie mag ich den. Und diesen Neongelben. Ne, der gehört nicht zu dem Bösen Buben. Der gehört zu dem Bösen Buben. Sehr schön. Ich habe gerettet. Und jetzt gehe ich mit meinem durchtrainierten Popo hier weg. Ah, hier ist auch noch was zum Prügeln. Also das Prügeln, das machen wir mit den Autos. Ah, ich weiß nicht. Wir gucken, wir gucken. Wir haben ja Zeit. Wir wollen ja, wenn schon, denn schon jetzt alles abgefahren. Auch wenn es dann alles selbe ist. Naja, mehr oder weniger. Wir haben einen neuen Anzug an. 10-30-Kraubüberfall. Over. So gut wie erledigt. Wer sagt, Print ist so gut wie tot? Niemand sagt das. Moment. Ich kann dich safen. Nein. New York hat schon üble Tage erlebt, aber das hier ist das Mittelalter. Aber echt. Was? Was? Ich glaube, ich werde mal... Das weiß ich nicht. Junge, das hier ist für Erwachsene. Sieh an, Sieh an. Wen haben wir denn da? Mein Ehren. Sieh genau hin, Sieh das Lachen. Oh, Canadian Destroyer. Das hier ist für Erwachsene. Okay, du bist jetzt bestimmt müde, oder? Nö. War warm geworden. Haben wir's? Ja. Sehr schön. Müsst du noch ein Küsschen? Ah, ne. Als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hau ich die weniger freundlichen Nachbarn gerne aus den Socken. Ja, ja, ja. Die Sprüche werden auch immer älter. Ähm. Untersuche die Vorfälle. Nee, ich würde sagen, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich werde jetzt einfach speichern. Trotzdem. Und seien Sie vorsichtig. Dann würde ich mal sagen, wir suchen noch einen einzigen Comic. Hä? Warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Ich habe doch passig gedrückt. Ich weiß gar nicht, was das Spiel hat. Comic. Noch ein Ausschnitt für mein Album. Oder wollen wir gerade noch die sieben? Ich habe schon immer Gag. Wir brauchen ja nur noch sechs Stück und... Hier ist eins. Interessant. Das muss ich nochmal. Das ist zwei. Jetzt brauchen wir nur noch drei. Hier noch eins. Fantastisch. Ich glaube, jetzt könnte... Das nehme ich. Eins noch. Ja, haben wir doch direkt hier. Ich muss nichts machen. Da haben wir noch einen Comic freigeschaltet. Wuhu! Was haben wir denn hier? Als nächstes wäre es 125. 25. Wo ist er? So. Er hat gesaved. Jetzt reicht es aber. Jetzt reicht es. Jetzt haben wir für heute erstmal genug gemacht. Für diesen Part. Oder für... Gleich geht es weiter. Eine und... Oh. Ah, ist auch langsam spät. Ich sollte langsam mal ins Bettchen gehen. Bis dahin. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr guckt. Hinterlasst doch gerne ein Like. Abo nach wie vor. Kostenlos. Alles gratis hier bei mir. Ne? Ihr müsst hier nicht zahlen. Nicht einen Cent. Alles umsonst. So lieb bin ich zu euch. Also. Haut raus. Bis gleich. Oder bis in den nächsten Part. Ich schätze mal mehr bis gleich. Was die vergangene Erfahrung anbetrifft. Egal. Ja. Da. Ähm. Ja. Na schön. Eine Runde blauer Augen für alle. Oh. Äh. Ne. Das wollte ich jetzt nicht. Ich muss jetzt mal hier weg. Was ist das worden? So. Dann haben wir das. Jetzt können wir mal auf die Map gucken. Wo bin ich? Ach stimmt. Wir wollten ja noch ganz viel. Bin ich denn? Achso. Ich bin da oben. Alles klärchen. Joa. Wie gesagt. Fahren wir doch einfach da an. Ich wollte das ja erst auf Screen machen. Aber. Öh. Nö. Nö. Wenn. Dann leiden wir alle gemeinsam. Also können wir uns noch ein bisschen den schwarz-weißen Speedermann angucken. Joa. Außerdem ist. Dem Bürgern muss doch geholfen werden. Wir sind doch die freundliche Spinner aus der Nachbarschaft. Hopp. So mal gucken. Wo muss ich jetzt sind? Ach das geht ja noch. Es ist ja hier gleich um die Ecke. Ich weiß nicht was sie vorhaben. Die werden überrascht sein. So. Irgendwie. Und ja ich weiß da wann kommt es. Und da war noch einer. Oh je 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 je. Ja. Spider-Man will ganz ruhig hinaus. Festhalten. Ach. Nicht so fest. Genau. Nicht so fest. Wo bist du denn der Kleiner? Nicht mit mir. Genau. Nicht mit Spider-Man. Es geht direkt ins Krankenhaus. Ich verspreche es. Naja. Die sind im Krankenhaus näher. Quarantäne-Camp aber. Es gibt keine kleinen Verbrechen. Und wir sind da. Achtung gefahren gut. Ich sehe mal nach ob ich noch mehr finde. Was für ein Trip. Aber du hast mich hergebracht. Danke. Das heißt hier was für Trip. Manche Leute würden dafür Geld bezahlen. So mit Spider-Man. Sie haben sich Angriff gemeldet. Over. Diese Hunde müssen zurück in den Swinger. Ich würde mich irgendwie rumholen. Und mit Spider-Man. Wo ist denn der jetzt? Ach da. Welcher markierte Bereich? Meinst du da wo er hingereiert hat oder was? Das ist ein wenig Kraft. Aber das geht ja hier rucki zucki. Das sind ja nur Sekunden, die wir brauchen, um hier den Citizens Zumindest ein Infizierter weniger auf der Straße. Genau. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dadurch ja auch ein gutes Ende. Und dann seid ihr dabei, wie ich gute Dinge tue. Katze und Mausspiel fehlt noch ein glücklicher Übergriff in einer Gasse. Zeit, die Party zu stürmen. Ja, das werden wir auch noch machen. So, erstmal haben die Ja, das ist wirklich Spider-Menschen. Stell dir vor, so Wo ist denn Kotzi jetzt? Ach da. Drei Stück noch insgesamt. Ach, das geht doch um die Zucki. Das haben wir doch in zwei Minuten. Haben wir das. Das sind alles für die Erfahrungspunkte. Die wir brauchen. Darf ich ohnmächtig werden? Yeah! Sie ist ohnmächtig. Juhu, da können wir mehr Scheiß mit dir anstellen. Vorsicht! Das sind ein paar verdammt scharfe Nägel. Och, ich bin so froh, wieder unten zu sein. Da habt ihr eine 480. Das dem immer so schlecht von uns wird. So böse sind wir doch gar nicht. Die werden überrascht sein. Außerdem, das mit dem Auto verfolgen ist ja, äh, weitaus nerviger. Würde ich jetzt zumindest. Nein, weg. So, vorletzter! Solange wir nicht immer durch die ganze Stadt müssen, ist hier doch alles gut. Nicht so schnell! Nicht so schnell! Bitte nicht auf den Anzug sabbern! Das heißt hier nicht so schnell? Wir haben doch noch nicht mal Topgeschwindigkeit erreicht hier. Da haben wir es. Nehmen wir alle mit. Wir sind ja auch kurz vorm Level ab. So, hier hinten hatten wir doch auch noch einen so vor von diesen Kotz-Micheln. Möglicher Übergriff in einer Gaffe. Ja. Spidey, du wiederholst dich. Diese Hunde müssen zurück in den Zwinger. Kriegen wir alles hin. Wir wollen ja fließend aufgerüstet sein. Für, äh, den großen, bösen Endkampf, der irgendwann mal ansteht. Und dann haben wir ja noch mehr Spider-Man-Spiele zur Auswahl. Wir haben ja noch den zweiten Teil von Amazing, also hinter Elektro. Dann noch das Marvel-Spider-Man. Wollt es ja auch einen Erfolger gibt, den ich noch nicht habe. Da sind wir, in Sicherheit. Und dann... Das Spider-Man-Miles Morales. So, ich glaube, das habe ich schon mal alles in irgendeiner Form und Weise schon mal gesagt. Es gibt keine kleinen Verlusten. Auch neue Leute dabei sind. So, ich hoffe nur, dass gleich nicht wieder irgendwas am Glitschen ist, wie es ja schon mal der Fall war. Drücken wir mal die Däumchen, die Spider-Däumchen. So, und wir sind drauf. Steht damit zwei Autos. Ja, ich meine, die vorherige Richtung weitergeschwungen. Und wir sind drauf. Zwei Autos. Woo! Matrix-Mode. Sehr schön. Herrlich, wir sind gut. Wir sind Black and White Spider-Man. Wie ein Oreo-Keks der Gerechtigkeit. Habe ich jetzt noch schon keine Erfahrung gekriegt? Möglicher 10, 22, täglicher Angriff gemeldet. Over. Es gibt keine kleinen Verbrechen. Genau so will ich das haben. Genau so will ich das haben. Wo ist das jetzt? Und... Und... Bäv! Eine verzwickte Situation. So, und gerettet. Vorwiegend Zivilist, das ist ein Polizist. Das ist was anderes. So, und was ist das hier eben? Wasserkraftwerk betreten. Ja, dann. Muss der mal alles kaputt machen? Ist ja schlimm. Nicht das Wassertrinken, es ist vergiftet. Alles, die Quelle dieser biologischen Katastrophe scheint im Wasserwerk zu liegen.